Rechtsextremismus. 600 neue Stellen für BKA und Verfassungsschutz. Berlin. Unter dem Deckmantel der sogenannten Rechtsextremismusbekämpfung hat Innenminister Horst Seehofer bei einer Pressekonferenz die Aufblähung des Staatsapparates durch die Schaffung von insgesamt 609 durch den Steuerzahler alimentierten Stellen für die deutschen Sicherheitsbehörden in Aussicht gestellt. Sowohl das Personal des Bundeskriminalamtes als auch das des Bundesverfassungsschutzes sollen um jeweils 300 Mitarbeiter aufgestockt werden. Ziel sei es, die Ausspähung der Bundesbürger deutlich zu intensivieren. Insbesondere die sozialen Medien und Messenger-Dienste stünden dabei im Vordergrund. Als Vorwand dieser für den Steuerzahler nicht ganz billigen Maßnahme dienen unter anderem die als Fake News entlarvten rechtsextremistischen Ausschreitungen in Chemnitz, aber auch der immer noch nicht aufgeklärte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nach offiziellen Zahlen des BKA gäbe es in Deutschland lediglich 48 rechtsextremistische sogenannte Gefährder, also Personen, die zwar bisher noch keine politisch motivierten Straftaten begangen haben müssen, denen man aber zutraut, eine solche politische Straftat sogar von erheblicher Bedeutung zu begehen. Außerdem gäbe es 126 sogenannte relevante Personen, die zwar strafrechtlich ebenfalls noch nicht in Erscheinung getreten sein müssen, denen man aber zutraut, eine politisch motivierte Straftat wenigstens zu fördern oder sich daran zu beteiligen. Kritiker sehen in dieser Maßnahme des Bundesinnenministers daher lediglich ein recht billiges Instrument, um die Öffentlichkeit von den eigentlich vorhandenen und zudem selbst verursachten Problemen abzulenken. Allein die Zahl von 600 Bediensteten suggeriere den Bürgern, dass hier Handlungsbedarf bestehe, während beispielsweise die tatsächlich vorhandenen linksextremistisch motivierten Straftaten, die sich vornehmlich gegen den politischen Gegner richten, aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden sollen. Auch die täglich durch den Bürger spür- und erlebbare Kriminalität vornehmlich illegal eingereister Neubürger werde so bagatellisiert. Ob sich die Öffentlichkeit durch dieses, wie Beobachter es formulieren, offenkundig manipulative Manöver des Bundesinnenministers beeinflussen lassen, wird von Experten angesichts der Offenkundigkeit tatsächlich vorhandener Probleme stark bezweifelt. Relotius Blatt Spiegel, Hans Leindecker in der Kritik Das einstige, selbsternannte Sturmgeschütz der Demokratie, der Spiegel, steht erneut unter Beschuss. Nachdem bereits vor etwa einem Jahr herausgekommen war, dass das Monatsmagazin mit Lars Relotius einen Schreiber beschäftigt hat, der seine Beiträge zuweilen frei erfunden hatte, ist die interne Revision des Verlages nun erneut auf den Plan gerufen worden. Auf Druck des einstigen Generalbundesanwaltes Armin von Stahl werde nun gegen den einstigen Star-Reporter Hans Leindecker ermittelt. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Artikel aus dem Jahr 1993, in dem Leindecker schildert, wie der RAF-Terrorist Wolfgang Grams von einem GSG 9-Beamten aus nächster Nähe erschossen worden sein soll. So heißt es in dem Artikel wörtlich Aus Seelennot offenbarte sich vorige Woche einer der beteiligten Spezialisten dem Spiegel. Der Beamte, der bis Ende voriger Woche noch nicht vom Staatsanwalt vernommen worden ist, berichtet, die Tötung des Herrn Grams gleicht einer Exekution. Und weiter Im Augenblick der Festnahme sagte der Zeuge, der seinen Namen vorerst nicht veröffentlicht sehen will, hat Grams keinerlei Gegenwehr mehr geleistet. Er ging erkennbar davon aus, dass alles vorbei ist. Über den Augenblick des Todesschusses berichtet der Beamte, ein Kollege von der GSG 9 hat aus einer Entfernung von Maximum 5 cm gefeuert. Der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seithers wurde aufgrund der in dem Artikel geschilderten Umstände zum Rücktritt gezwungen, Armin von Stahl in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Im Raum steht nun die Frage, ob es den Informanten, dessen Identität bis heute noch nicht bekannt ist, tatsächlich gegeben hat oder ob Hans Leindecker diesen, der guten Story und der Diskreditierung der anstigen Regierung wegens, frei erfunden hat. Leindecker dazu, Beobachter vermuten nun, dass die ohnehin schon erfreulicherweise stark rückläufigen Verkaufs- und Abozahlen des mittlerweile als Relotiusblatt verschrieenen Märchen-Verzeihung-Monatsmagazins durch diesen neuerlichen Skandal in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. An dieser Stelle mal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen die garantiert der Wahrheit verpflichteten alternativen Nachrichten gefallen, dann haben Sie die Möglichkeit, uns direkt zu unterstützen. Mit einem Klick auf den PayPal-Button in der Podcast-Beschreibung oder auf YouTube direkt unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. AWO-Skandal. Staatsanwaltschaft ermittelt. Frankfurt am Main. Wegen des Verdachts des Betruges und der Untreue mit Geldern der Stadt laufen nur wenige Tage nach dem Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen den Kreisverband in Frankfurt. Auch der Bundesverband der AWO hat interne Prüfer entsandt, um die Vorgänge im besagten Kreisverband aufzudecken. So sollen sich einzelne Mitarbeiter des gemeinnützigen Wohlfahrtsverbandes ganz offenbar in der Rolle der Arbeiter gesehen und sich die Wohlfahrt daher selbst zugeschanzt haben. Die Rede ist von völlig überzogenen Gehältern, Luxusdienstwagen und teuren Hotelübernachtungen, die im Zuge ihrer Tätigkeit von den Beschuldigten in Anspruch genommen worden sein sollen. Wir konnten den Eindruck nicht verdrängen, dass nicht im Interesse der Arbeiterwohlfahrt gehandelt wurde, so der Vorstandsvorsitzende des AWO-Bundesverbandes Wolfgang Stattler am Dienstag gegenüber Pressevertretern. Und weiter. Die Gehaltsstrukturen, die wir bisher gesehen haben, sind vollkommen unangemessen. Der ideelle Schaden ist wahrscheinlich gar nicht in Ziffern zu fassen. AWO-Präsident Wilhelm Schmidt kündigte derweil an, veruntreute Gelder, Zitat, bis zum letzten Cent zurückzuholen. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann scheint tief in den Veruntreuungsskandal verwickelt zu sein. Ihm wird vorgeworfen, seiner Frau einen Posten als AWO-Kita-Leiterin zugeschanzt zu haben, in dem sie ein ungewöhnlich hohes Gehalt erhalten haben soll. Außerdem solle sie auch noch über einen Dienstwagen verfügt haben, den sie in ihrer Elternzeit genutzt habe. Über den derzeitigen Stand der Ermittlungsarbeit äußerte sich bereits das Prüfungsteam und die zurückgetretenen ehrenamtlichen Revisoren. Diese seien, Zitat, tief beeindruckt, um nicht zu sagen erschüttert von dem, was sie jetzt schon an Material zur Verfügung gestellt bekommen haben. Jürgen Richter, der langjährige Geschäftsführer der AWO Frankfurt, war bereits am vergangenen Donnerstag zurückgetreten. Über weitere Entwicklungen in diesem brisanten Fall halten wir Sie gern auf dem Laufenden. Umfrage. Vertrauen in Politik erodiert. Berlin. Eine sehr gute Nachricht zum Jahresabschluss. Einer durch Fokus Online in Auftrag gegebenen Langzeitumfrage des Meinungsforschungsinstituts CEWE zufolge, ist das Vertrauen der deutschen Bundesbürger in die Politik im laufenden Jahr weiter drastisch gesunken. Waren es zu Beginn des Jahres noch 23 Prozent der Bundesbürger, die großes Vertrauen in die Politik hatten, sank dieser Wert bis Dezember auf nur noch 19 Prozent. Weniger bis gar kein Vertrauen in die Politik haben hingegen knapp 68 Prozent der Bundesbürger. Besonders unter den 18- bis 29-Jährigen ist das Vertrauen sehr gering. Von diesen gaben nur 17 Prozent an, Vertrauen in die Politik zu haben. Gleichzeitig wurde ermittelt, dass auch das Sicherheitsempfinden der Deutschen massiv zurückgegangen sei. Gaben im Juni diesen Jahres noch 64 Prozent der Befragten an, sich sicher zu fühlen, waren es im Dezember nur noch 51 Prozent. Ein Rückgang um immerhin 13 Prozent innerhalb von nur sechs Monaten. Selbst die durch den Bundesinnenminister verkündete und statistisch erwiesene Rückläufigkeit der Kriminalität habe diese durch die Realität und das tägliche Erleben gespeiste Empfindung nicht verbessern können. Die Redaktion der alternativen Nachrichten prognostiziert, auch in den kommenden Jahren wird sich dieser Trend vermutlich fortsetzen. Und das ist auch gut so. Die täglich erlebbare Kriminalität durch die Zuwanderungspolitik wird weiter zunehmen und die Verarmung und Verelendung weiter Teile der Bevölkerung durch die sogenannte Klimarettungs- und nicht zu vergessen durch die Euro-Rettungspolitik wird ihre volle Wucht erst noch entfalten. Am Ende bleibt die Hoffnung, dass sich dann in Zukunft bei weiten Teilen der Bevölkerung die Erkenntnis durchsetzt, Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle verabschiedet sich die Redaktion der alternativen Nachrichten und die Redaktion von eigentümlich frei für dieses Jahr. Wir danken Ihnen, dass Sie regelmäßig eingeschaltet und zum zuletzt rasanten Wachstum unseres YouTube-Kanals beigetragen haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein ganz friedliches und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie mutig, bleiben Sie fröhlich und vor allem bleiben Sie gesund. Lassen Sie sich von dem Wahnsinn, der uns in dieser Republik praktisch täglich ereilt, nicht Ihre Lebensfreude nehmen. Denken Sie immer daran, kurz bevor die Sonne ansteigt,